Ja, dann kommen wir mal zum ersten Eindruck von ihm und ich habe einfach nur gedacht, Sean, wie unseriös willst du sein? Ja. Sean, jetzt nochmal anders gefragt, auf einer Zwielichtigkeitsskala von 1 bis 10. Wie unseriös willst du? 12. 17 also. Am Anfang wäre alles gut gewesen mit ihrem Date. Irgendwann hätte er aber nicht mehr so geschrieben wie vorher. Und dann habe ich halt angefangen, ja, warum schreibst du nicht mehr so? Bin halt stressig geworden und dann hat er halt keinen Bock mehr auf mich gehabt. Du bist stressig geworden. Du bist stressig geworden. Das ist, als wenn Frauen nicht stressig werden könnten. So Freunde, heute gucken wir uns eine Knallert-Doku zusammen an und wir gucken mal, was passiert, wenn der politisch korrekte und, ich sage es mal vorsichtig, leicht feministisch angehauchte Mainstream auf die Coaching-Branche trifft, beziehungsweise auf das absolut nicht politisch korrekt ablaufende Thema Dating Männer und Frauen. Und zwar ist das Ganze eine Dokumentation des Kanals Y-Kollektiv oder wie man es auch immer ausspricht. Und die gehören zu Funk und die haben dann hier einen Dating-Coach, würdest du seinen Methoden vertrauen, unter die Lupe genommen. Und da gucken wir uns auch mal an, wie der Kollege so drauf ist, ob das eher seriös oder unseriös ist. Und da ich mich offiziell zumindest auch zur Coach-Szene dazu oder zu Dating-Coach-Szene oder wie man es auch immer schimpfen will, dazu rechnen müsste, aber nicht so wirklich tue, beziehungsweise mich von sehr vielen Teilen und Vertretern dieser Zunft klar distanziere, ist vielleicht meine Meinung hier ganz interessant zu dem Thema. Hast du dich schon distanziert? Ne, die Distanz sind von mir. Ne, du musst dich distanzieren. Und dann gucken wir auch mal, ob ich meinen Coach-Kollegen in Anführungszeichen hier verteidigen muss oder ob es auf die Mütze gibt. Und er spart mir gerne auch die üblichen Jamer-Kommentare in Richtung, Och, Fraam, du willst dich doch nur in ein positives Licht rücken? Sondern ich erzähle hier einfach alles ganz genauso, wie ich es sehe. Also, los geht's. Ich finde Männer attraktiv, die wissen, was sie wollen. Den perfekten Partner finden und ein glückliches Leben führen. Danach sehen sich viele. Und es gibt einen Mann, der Frauen genau darauf eine Erfolgsgarantie gibt und vorgibt zu wissen, wie Männer ticken und wie man sie verliebt machen könne. Hey, was geht ab? Schauen hier von sodenktermann.de Und worauf Männer wirklich stehen, das verrate ich dir jetzt. Dafür hat er ein Programm mit Methoden entwickelt, mit klaren Vorgaben. Dass er dabei die Verantwortung bei den Frauen sieht, selbst wenn es um sexuelle Belästigung gehen könnte, finde ich hart. Wenn du sozusagen eben nicht angeschaut werden willst von fremden Männern, dann darfst du nicht auf die Straße gehen. Erster interessanter Punkt, wie ich finde, ist das Thema sexuelle Belästigung. Wird also überraschenderweise als erstes auf den Tisch gebracht und dass er das verharmlosen würde. Und dann geht es in seinem Video aber um angeguckt werden auf der Straße. Vorher ist aber das Wort sexuelle Belästigung gefallen, was ja nun nicht dasselbe ist. Und wie ich es oft so sage, auch tendenziell eher ein respektloser Schlag ins Gesicht von wirklich weiblichen Opfern ist. Frauen, denen übel mitgespielt wurde, die Opfer von sexueller Belästigung oder Schlimmerem wurden. Wenn dann auf einmal das Angegucktwerden auf der Straße in den gleichen Topf, in die gleiche Schublade gesteckt wird, wie sexuelle Belästigung oder Schlimmeres, wie das oft gemacht wird von feministischer Seite, dann kann ich das natürlich nicht gutheißen. Dann sehe ich das, wie ich immer sage, als respektlosen Schlag ins Gesicht der wirklichen Opfer. Ob das so gemeint war oder noch ein bisschen differenzierter dargestellt wird, kommt noch im Laufe der Doku. Trotzdem gibt es viele Frauen, die ihn bewundern. Der hat mich einfach catcht mit seiner Art, seinen Aussagen. Du bist der Beste der Welt. Ich treffe auch Frauen, die mir erzählen, dass sie Schaden an diesem Programm genommen hätten. Ich war ja nicht mal ich, ich war nur noch auf dieses Programm fixiert. Einige hätten sogar... Naja, also generell eher relativ reißerische Aufmachungen bisher und Schaden genommen und wird auch gleich noch musikalisch relativ reißerisch untermalt, in Teilen zumindest. Und das Ganze wie so eine Mystery-Doku dargestellt. Und eben dieses sexuelle Belästigungsding, das als ersten Vorwand direkt rein. Das heißt vom Framing her jetzt nicht so positiv dargestellt. Und wie gesagt, wenn das ein Scammer ist, dann ist das absolut korrekt, das so zu machen. Dann bin ich da dafür. Denn wie gesagt, der Typ repräsentiert dann auch die Branche, wo mich andere auch dazu zählen würden und ich offiziell außerhalb reingehöre. Und von daher gefällt es mir natürlich, wenn das Scammer auch als solche bezeichnet und dementsprechend aussortiert werden. Aber wenn hier jemand so ein Recht verunglimpft werden soll, nur um das eigene Narrativ zu fördern und in einem besseren Licht dastehen zu lassen, dann muss ich da natürlich was zu sagen. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Bin ich denn der einzige Idiot, dem Regeln noch irgendwas bedeutet? Angst vor ihm. Ich kann mir auch vorstellen, würden wir uns jetzt öffentlich zeigen, dass der Schorn uns in den Dreck zieht? Ich nehme sieben Monate lang an seinem Programm teil und finde unter anderem heraus, dass er nicht die Wahrheit zu sagen scheint, was diese Qualifikation angeht. Vier ganze Jahre davon war Standortleiter in Frankfurt am Main. Herr K. war niemals Standortleiter für Vorsa am Standort Frankfurt am Main. Okay, dann haben wir hier mal den ersten Beleg sozusagen. Außer das Ganze ist jetzt gefälscht. Aber ich gehe jetzt mal von der Seriosität grundsätzlich dieser Doku hier aus und dass da nichts gefälscht worden ist, sondern dass das alles so ist, wie es hier dargestellt wird. Und da kann ich klar sagen, das ist super shady und super unseriös, den Standortleiter vom Himmel herunter zu lügen, wenn es überhaupt nicht so war. Also das ist grundsätzlich erstmal eine rote Flagge. Meine Vermutung ist, dass hier die emotionale Notlage von Frauen ausgenutzt wird. Und ob dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, das ist jetzt ein Klassiker. Ja, die Coaches, die wollen doch nur Kohle mit dem Elend der Leute machen. Ob das gerechtfertigt ist, das kommt darauf an, ob der Coach gut ist, ob das Programm gut ist, was er bietet. So ähnlich wie bei einem Fitnesscoach. Ja, ob das Programm gut ist oder nicht. Ob das Wissen stimmt, ob die Methoden stimmen und so weiter. Oder ob es Fake oder Scam ist. Und je nachdem, was dann die Wahrheit ist, stimmt dieser Vorwurf, dass es halt nur um Kohle geht, um die Leute abzuzocken, gibt es durchaus. Wie gesagt, die Coaching-Branche ist eine wilde Branche. Es ist unreguliert, es ist unüberprüft. Auch jeder kann sich Coach nennen. Jeder Affe nennt sich heutzutage auch Coach und seine Oma noch mit dazu. Es gibt mittlerweile mehr Coaches als Klienten, habe ich so den Eindruck. Und dann noch die ganzen Speaker und Top-Speaker und die ganzen Laber-Hilse. Mir hilft das zum Beispiel, jeden Scammer, den ich sehe, jeden Scharlatan, den ich sehe, da habe ich ein klares Not-to-do, was ich auf jeden Fall vermeiden muss, auch nur einen Schritt in diese Richtung zu machen. Aber da es da mittlerweile, wie gesagt, so viele von gibt, leidet die ganze Coaching-Branche darunter. Und eben auch Leute, die das gut und mit viel Herzblut machen. Deshalb, liebe Coach-Kollegen, in Anführungszeichen, die das nur machen, um hier den Markt abzugrasen, die einfach nur Marketing-Schlangen sind, aber weder Bock auf Coaching haben, noch Ahnung von Coaching, da ist mein Appell, verpisst euch gerne von der Bildfläche und überlast es den Leuten, die das ernst meinen, und Bock darauf haben, Leuten zu helfen. Okay, verzieh dich, du Arschloch. Ja, na los, hau einfach ab. Ja, man hat halt vor ein paar Jahren erkannt, dass der Markt noch nicht abgegrast ist, dass man auch viel Geld mitmachen kann. Und Marketing-Schlangen machen eben das, was Marketing-Schlangen gut können, und zwar Kohle machen. Und wie gesagt, ich will auch Geld verdienen. Jeder, der behauptet, er würde kein Geld verdienen wollen mit seinem Job, der lügt einfach nur. Natürlich will man auch Geld verdienen und vernünftig entlohnt werden. Aber dann musst du es auch ernst meinen und Bock drauf haben und das Ganze richtig machen und nicht die Leute da abrippen. Und, dass dieses Programm eher verunsichert, als für Stabilität zu sorgen, wie er es behauptet. Wir bekommen eine Nachricht aus der Community. Die Freundin der Verfasserin sei einem Programm von einem gewissen Schorn beigetreten, um ihrem persönlichen Glück in der Liebe näher zu kommen. Und da ist halt wieder die Frage, wer ist das, der das schreibt? Ist die Einschätzung realistisch? Ist das wirklich gefährlich und macht Angst oder übertreibt da jemand? Einfach nur hoffnungslos. Wie gesagt, gucken wir uns noch an im Laufe der Doku und hängt wieder am Coach selbst. Weil manche sagen, bei offensichtlich richtigen, aber politisch inkorrekten Statements oder Inhalten, ach, das ist ja gefährliches Wissen und macht dir total Angst und bla bla bla. Und sind dann einfach nur Snowflakes aus der aktuell produzierten Gesellschaft sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Leute, wo man völlig zu Recht sagt, okay, das ist brandgefährlich, was da gelabert wird und das macht zu Recht Angst. Von daher, wie George Carlin gesagt hat, Das heißt, bringt euren Kindern bei, alles zu hinterfragen. Das heißt, wenn ihr sowas hier seht, hinterfragt die Doku, hinterfragt den Coach, hinterfragt mich, hinterfragt einfach alles und findet dann für euch die am Ende sinnvollste Lösung. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, weiß man nicht immer. Aber mein Plädoyer sagt ja, bleibt offen, bleibt neutral, bleibt rational, hört euch alles an und hinterfragt euch, stimmt das oder stimmt das nicht? Und wenn ihr dann zu einem Urteil gekommen seid, dann hinterfragt nochmal euer Urteil, auf welchen Prämissen das beruht und so weiter und so fort. Ja, praktisch einfach die Basis des kritischen Denkens. Der Coach nennt sich Sean. Seine Accounts auf Social Media finde ich hier unter SoDenktEinMann und er setzt sich auf den ersten Blick mit Themen rund um Dating auseinander, zum Beispiel wie Frauen für Männer interessant wirken können, so wie in diesem Video hier. Hey, was geht ab? Sean hier von SoDenktEinMann.de und heute werde ich dir drei Dinge sagen, die du tun musst, damit sich ein Mann um dich bemüht. Ja, dann kommen wir mal zum ersten Eindruck von ihm und ich kannte ihn bisher noch nicht, gerade bei der Szene hier, den Kragenmuch und das geblümte Hawaii-Hemd und so weiter und ich habe einfach nur gedacht, Sean, wie unseriös willst du sein? Ja. Sean, jetzt nochmal anders gefragt, auf einer Zwielichtigkeitsskala von 1 bis 10. Wie unseriös willst du? Und es fehlt eigentlich nur noch ein Hut und eine gefälschte Uhr und so ein Goldkettchen, um das Klischee dann komplett zu machen, also wie unseriös willst du auftreten. Ja, und danke auch dafür, lieber Kollege, dass dadurch natürlich auch die Coaching-Branche in das Licht gerückt wird, in die sie teilweise gehört. Und ja, ich weiß, Aufmerksamkeit, Verkaufsprodukte und bla bla bla, aber das Ganze kommt ja zu einem Preis, was dann auch andere ausbaden müssen und deshalb, das geht ja sicherlich noch 5 bis 25 Stufen seriöser, das Ganze. Aber das ist auch natürlich nur der erste Eindruck, der äußere Eindruck, beziehungsweise das sind die Äußerlichkeiten und wichtiger sind natürlich die Inhalte. Von daher wollen wir hier nicht allzu oberflächlich sein und mal weitergucken. Drei Dinge sagen, die du tun musst, damit sich ein Mann um dich bemüht. Mein erster Eindruck? Er ist in vielen seiner Videos sehr direkt und gibt vor zu wissen, wie seine Zuschauerinnen ticken. Er zieht die Gedanken von Frauen ins Lächerliche, zum Beispiel übers Schlussmachen, indem er sie nachäfft. Ja, aber die nicht ganz irgendwie, warum ist dem egal, dass ich Schluss gemacht habe? Das kann dem nicht egal sein, warum bin ich dem so egal? Und das sieht mir eher so wie eine Schmierentaktik von Y-Kollektiv aus, als wäre das hier aus dem Zusammenhang gerissen. Es kommt wieder ganz drauf an, wenn er das wirklich negativ seinen eigenen Klienten übermeint und die damit veralbern und veräppeln will, dann bin ich da logischerweise kein Fan von, aber vielleicht hat er hier nur so die typische Frau nachgemacht, wie ich das auch in meinen Videos ganz genauso mache, mit Männern, die sagen, ach, das ist es, das ist die Frau fürs Leben und bla bla bla, um eben so den inneren Dialog zu karikieren, den viele Menschen mit sich führen teilweise. Ja, wie ich sage, der innere Hitler oder Ecki nennt es auch das Ego und ist Ecki jetzt respektlos seinen Zuschauern gegenüber, wenn er die Eigenarten des Egos veralbert und ein bisschen witzig nachmacht. Absolut natürlich nicht. Von daher kommt mir das hier, um ihn auch mal in Schutz zu nehmen, eher wie eine Schmierentaktik von Y-Kollektiv vor. Partnerwahlberatung und Persönlichkeitsentwicklung für attraktive Frauen. Das bietet er an, so sein Instagram-Account. Aus seinem Studio heraus beantwortet er Fragen. Oft sind auch psychische Krankheiten bei ihm Thema. Zum Beispiel gibt er Antworten darauf, was zu tun sei, wenn der potenzielle Partner Probleme mit der Psyche hat. Er nimmt auch Tabletten wegen Depressionen. Ja, das ist… Dann sollst du auf ihn scheißen, Mann. Guck mal, wenn er Tabletten nimmt wegen Depressionen, scheiß auf ihn. Und das ist natürlich eine Aussage, die, falls sie nicht aus dem Kontext gerissen wurde und ich wüsste nicht wie und aus welchem Kontext, das ist natürlich eine Aussage, die als Coach oder Therapeut überhaupt nicht geht. Ja, gibt es nicht wirklich zwei Meinungen zu. Dass er sich, so wie in diesem Video, zu psychischen Störungen äußert, das werde ich im Verlauf meiner Recherche noch öfter erleben. Mitglied seiner Akademie zu sein, bedeutet gleichzeitig auch 99,90 Euro pro Monat zu bezahlen und die Mehrwertsteuer kommt dann nochmal extra dazu. Ja, 100 Euro im Monat plus Mehrwertsteuer kann sehr viel sein, wenn es nichts bringt, wenn einfach gar nichts davon funktioniert, wenn das Programm gräutend schlecht ist, wenn alles perfekt funktioniert und du findest dann den Traumpartner oder was die Frauen halt als Ziel haben in seinem Programm, dann ist es wieder wenig. Ja, das kommt… Ja, der Preis ist nicht so aussagekräftig, außer wenn es jetzt extrem teuer oder extrem billig wird, dann sagt es auch wieder was aus, kommen wir auch gleich noch zu. Aber ansonsten ist der Preis mehr so ein Mittel, wen du da sitzen hast. Ja, wenn du es ein bisschen günstiger machst, hast du halt mehr Studenten und junge Leute da und wenn du es ein bisschen teurer machst, hast du halt mehr Leute mit Geld da sitzen. Und tendenziell, wenn du es teurer machst, gibt es eine ganz klare Dynamik, dass die Leute mehr Gas geben, mehr reinhauen, besser zuhören, mehr umsetzen, als wenn du es sehr günstig anbietest. Von daher gibt es jeweils Vor- und Nachteile und Gründe dafür und dagegen, für hohe Preise, für niedrige Preise, solange es, wie gesagt, nicht in Wucher übergeht, was teilweise gleich auch noch kommt. Und ansonsten kommt darauf an, was du draus machst, ob es billig oder teuer war. Und um teuer sein zu dürfen, wie gesagt, muss das Programm aber auch gut sein. Dafür wird mir eine Erfolgsgarantie von 100% versprochen, mit Geld-Zurück-Garantie. Und das ist meines Erachtens mega shady, denn erstens kannst du keinen Erfolg garantieren, wenn es nicht von dir abhängt, wenn du nur der Coach bist. Ja, das hängt auch am Klienten. Wie sagt man so schön? Der Coach ist der Experte für die Methode und der Klient ist der Experte für die Umsetzung, für die Lösung sozusagen. Das heißt, du kannst keine Erfolgsgarantie geben. Das ist absoluter unseriöser Quatsch. Und Geld-Zurück-Garantie ist auch unseriös, denn das ist nur ein Marketing-Trick. Weil man genau weiß, die Leute trauen sich teilweise nicht, die Geld-Zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen. So und so großer Prozentsatz nimmt sie in Anspruch, dafür machst du aber mehr Umsatz. Das ist ein Marketing-Trick und damit shady und unseriös. Und ja, ich weiß, viele Anbieter, viele Coaches würden das gerne anders sehen wollen, weil sie es selbst natürlich auch anbieten. Aber was sagt das denn aus? Das sagt ja aus, ich bin von meiner Arbeit nicht überzeugt, deshalb kriegst du die Kohle zurück, obwohl ich meine Arbeit hier geleistet habe. Ja, die Arbeit ist geleistet. Und wenn ich von meiner Arbeit überzeugt bin, dass sie gut ist, ja, dann nehme ich natürlich auch Geld dafür. Und ja, natürlich auch von jemandem, der es jetzt nicht in Anspruch nimmt und nicht umsetzt. Und ja, ich weiß, viele Coaches bieten das an oder die meisten Coaches bieten das wahrscheinlich sogar an und behaupten dann auch noch, guck mal hier, ich bin so überzeugt von meiner Arbeit, dass ich sogar eine Geld-Zurück-Garantie anbiete. Und das ist meines Erachtens höchst unseriös. Denn wie gesagt, man weiß ganz genau, wie viel Prozent dann wirklich zurückgegeben werden oder wie viel Prozent davon in Anspruch genommen werden. Du machst unterm Strich mehr Kohle damit. Es funktioniert leider und deshalb machen die Coaches das. Aber wie gesagt, was sagt das auch über deine Arbeit aus? Ja, du kannst auch als Fitnesstrainer nicht, nachdem du Stunden und Wochen lang in dein Programm investiert hast, dann sagen, ja, ja, wenn du keine Muskeln aufbaust, dann gebe ich dir das Geld zurück. Wie gesagt, das hängt ja noch an der zweiten Partie. Ja, wenn du dein Programm als Fitnesstrainer mitgibst, aber die Person schläft nicht vernünftig, ist nicht vernünftig und trainiert nicht vernünftig. Ja, da kannst du schlecht eine Erfolgsgarantie geben. Und wie gesagt, deine Zeit ist ja investiert. Deine Arbeit ist ja gemacht und die sollte hoffentlich gut sein. Und vor allem, wenn du keine Geld-Zurück-Garantie anbietest, dann heißt das, deine Arbeit muss auch gut sein. Ja, weil dann keiner kommen kann und sagen kann, hier, ich will mein Geld zurück. Deshalb sollte deine Arbeit besser vernünftig sein. Und wenn du aber Geld-Zurück-Garantie anbietest, ja, dann muss es ja gar nicht so vernünftig sein. Ist ja wurscht, wenn einer das Geld zurückgibt. Du hast ja vorher gesagt, ja, das muss ja nicht so toll sein. Sondern du kannst ja im Notfall dein Geld zurückbekommen. Ja, meines Erachtens, viele werden das anders sehen, aber meines Erachtens absolut unseriös. Trotzdem funktioniert es und ist damit leider ein effektiver Marketingfaktor, eine effektive Marketingstrategie. Voraussetzung, ich muss meine Erfahrungen die gesamte Zeit in einem Tagebuch dokumentieren und dieses dem Support-Team schicken, wenn ich nicht erfolgreich mit den Methoden sein sollte und mein Geld zurückhaben möchte. Ja, das ist auch tendenziell eher Marke Shady. Denn du kannst ja dann sagen, ja, siehst du, du hast nicht alles perfekt oder hier einen Tag ausgelassen und so weiter und so fort. Und du weißt auch, dass viele Leute halt dieses Tagebuch nicht komplett akkurat führen werden. Und dann kannst du sagen, nee, sorry, Geld gibt es nicht zurück. Andererseits finde ich es theoretisch, ja, den Gedanken dahinter, theoretisch sogar sinnvoll. Denn du kannst natürlich nur sagen, wie effektiv ein Programm ist oder nicht, wenn du es durchballerst. Wenn du es auch so wie der Coach, der angeblich gute oder nicht so gute Coach, es vorgibst zu machen, wenn du es nicht richtig durchballerst, nicht richtig Gas gibst, dann kannst du es nicht wirklich beurteilen, ob es jetzt effektiv war oder nicht. Außer es ist offensichtlich so hirnrissig und so bescheuert, dass du sagst, hier, das ist total Hanebüchen, totaler Schwachsinn. Fange ich gar nicht erst mit an. In seiner sogenannten Masterclass soll es aber nicht nur um Dating gehen. Auch psychische Erkrankungen und Traumata würden angeblich durch sein Programm überwunden und die Persönlichkeit gestärkt werden. Du lernst, wie du sogar Depressionen oder paranoide Angststörungen selbst bekämpfen und überwinden kannst. Ob sich solche Angebote zu psychischen Erkrankungen noch im Rahmen des Legalen befinden, das müssten Fachgerichte entscheiden. Und das sehe ich ebenfalls kritisch. Damit sollte man vorsichtig sein. Und vor allem ist jetzt eine Depression auch nicht immer gleich eine Depression. Es gibt da schwächere Ausprägungen davon. Es gibt da klinische Depressionen. Das ist jetzt nicht alles das Gleiche. Oder was man so allgemein als Depression in der breiten Masse bezeichnet. Ja, das ist nicht das Gleiche wie schwerwiegendere Formen davon. Von daher, mit solchen Aussagen wäre ich generell vorsichtig. Kommt aber gleich auch noch eine Rechtfertigung von ihm dazu. Aber mit Depressionen oder paranoiden Angststörungen sollte man sich eher professionelle Hilfe von Menschen mit psychologischer Ausbildung holen, wenn man Hilfe benötigt, sagen ExpertInnen. Sagen ExpertInnen, habt ihr gehört? Intensive Appelle von IntensivmedizinerInnen. Halt die Klappe! Einen derartigen Background in Form eines Studiums oder Ausbildung hat Shawn allerdings nicht. Davon scheint er auch nicht so viel zu halten. Auf seiner Website steht folgendes. Ich habe mir mein Wissen selbst angeeignet. Und in der heutigen Zeit, wo dir im Internet das gesamte Wissen der Menschheit und einer Fingerspitze zur Verfügung steht, ist ein Gang zur Uni nicht mehr notwendig, um dir Wissen in einem bestimmten Bereich anzueignen. Seinen Videos nach zu urteilen, scheint er psychologische Hilfe abzuwerten. Menschen aus dem Berufsfeld seien nur TheoretikerInnen und hätten von der Praxis keine Ahnung. Die meisten Psychologen, Psychotherapeuten, sie lernen das aus Büchern. Aber von der Praxis hat er keine Ahnung. Der hat null Ahnung. Und du bist sein Versuchskaninchen sozusagen. Die Dinge, die er in dem Video über PsychotherapeutInnen sagt, machen mich stutzig. Weil es von ihm unbelegte Behauptungen sind und so wie er es sagt, nicht richtig ist. Laut PsychotherapeutInnen-Gesetz müssen angehende TherapeutInnen bereits in der Ausbildung schon viel praktische Erfahrung sammeln. Er gibt allerdings auch an, selbst eine Depression gehabt und keine passende Hilfe von TherapeutInnen bekommen zu haben. Ach, dieses penetrante Gegendere. Die InselbewohnerInnen bzw. die vielen PendlerInnen. Hörst du jetzt endlich dein Maul! Kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet! Hilfe! Hilfe! Ich werde unterdrückt! Das wird leider noch sehr viel schlimmer während dieser Doku. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das mittlerweile sexistisch. Du denkst an Experten, du denkst an Psychotherapeuten oder TherapeutInnen. Es geht ja nur um den Expertenstatus oder den Therapeutenstatus und auf einmal geht es aber ständig um Männer. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Das ist doch ein sexistisches Gedankengut. Mir ist es doch völlig wurscht, ob der Täter oder die Täterin, obwohl da ist es noch entscheidender, aber ob jetzt der Forscher, der Experte, der Therapeut, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, das ist doch low-level Kinderquatsch. Und dieses ständige darauf hinweisen, mir kommt das mittlerweile wie Sexismus vor. Gerne mal reinkommentieren, ob euch das auch so geht. Ja, weil die Leute denken ja praktisch nur noch, ja, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Das ist doch low-level Kinderquatsch. Ja, Geschlecht sollte relativ wurscht sein. Ja, ist er jetzt Experte oder sie? Ist sie jetzt Experte oder ExpertInnen? Entschuldigung. Ja, ist doch völlig wurscht, welches Geschlecht dahinter steht. Ja, so geht es mir zumindest, aber wahrscheinlich ist das nur eine Sichtweise eines wahnsinnig alten und wahnsinnig weißen Sexisten. Null Toleranz an der Stelle. Das schreibt er mir in einer Stellungnahme, die ich am Ende meiner Recherche von ihm bekomme. Deshalb seine klare Meinung. Und dann nochmal zu dem TherapeutInnen-Thema an sich und das kann man auch wieder nicht so schwarz-weiß sagen. Jeder, der studiert hat, ist jetzt auf jeden Fall ein guter Therapeut. Das ist doch auch Quatsch. Ja, es gibt sehr gute Therapeuten. Es gibt grottenschlechte Therapeuten. Nur weil jetzt jemand studiert hat, heißt das nicht, dass der diesen Beruf vernünftig ausüben kann. Trotzdem sind natürlich noch lange nicht alle Therapeuten nur TheoretikerInnen, ja, sondern wie gesagt, da gibt es auch richtig gute Leute. Aber im Bereich Dating würde ich ihm tendenziell wieder, nicht zu 100% natürlich, aber tendenziell eher zustimmen. Denn die meisten TherapeutInnen, ja, die meisten Therapeuten haben von dem Thema jetzt keine große Ahnung. Ja, vielleicht von den unterliegenden Mechanismen, die da teilweise in Paarbeziehungen am Werk sind. Aber jetzt von dem Thema modernes Dating und vor allem dem politisch inkorrekten Kram, was dahinter abläuft. Denn wie ihr ja wisst, Dating, ja, wir sind hunderttausende Jahre alt, unsere Psyche und Physiologie ist nicht erst 20, 30 Jahre alt, sondern wir sind uralt und was da abläuft und das ist alles politisch inkorrekt. Und das kriegst du jetzt im Psychologiestudium logischerweise nicht beigebracht. Und deshalb, wenn du jetzt zum Therapeuten gehst und da ein Männer-Frauen-Thema ansprichst, ja, da musst du schon Glück haben, um da an jemanden zu geraten, der selbst in dem Thema auch ein bisschen Lebenserfahrung hat. Und vielleicht auch mal im Club oder auf der Straße war oder verschiedene Frauen gehabt hat oder Männer gehabt hat, ja, aus Frauensicht, dass derjenige da keinen absoluten politisch korrekten Stuss natürlich redet. Das erlebe ich öfter als andersrum, ja, dass jemand oder Klienten von mir sagen, okay, da war ich bei einem Therapeuten, habe dann das Thema angesprochen, schlage ich oft mit den Händen über dem Kopf zusammen, was da für ein Stuss geraten wird. Von daher, in dem Punkt stimme ich ihm eher zu, aber natürlich stimme ich ihr auch zu, dass eine gewisse Ausbildung, gerade auch bei klinischen Sachen, durchaus sinnvoll ist. Ja, und wenn dann noch Beratungserfahrung dazu kommt, ja, dann kannst du das nicht einfach mit zwei Büchern, einfach mal so die aus dem Internet zusammensuchen. Also, das kann durchaus sinnvoll und wertvoll sein. Aber mir ist es wie immer zu schwarz-weiß das Ganze hier. Der eine sagt, sind alles Theoretiker und Flachpfeifen. Ja, und die andere sagt, ja, wieso? Haben doch studiert, das ist doch das Einzige, was zählt und scheinbar von Geisterhand Kompetenz herbeiführt. Beides natürlich Unsinn und die Wahrheit liegt, wie so oft, aber nicht immer irgendwo dazwischen. Je nach Thema auch. Ich will wissen, was hinter der Paywall der Akademie steckt und melde mich als Teilnehmerin an. Vor mir liegen sieben Monate Recherche, denn die Inhalte schalten sich nur nacheinander frei, jede Woche zur selben Zeit. Heißt, ich muss 28 Wochen dabei bleiben, um alles sehen zu können. Laut Sean eine gute Wahl. Herzlichen Glückwunsch. Deine Buchung war erfolgreich und du hast definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Schick sie so aus. Dankeschön, ich wusste jetzt gar nicht, was ich anziehe. Während sich bei mir die Inhalte nach und nach freischalten, treffe ich Christine. Sie ist gerade in Woche 13 des Programms angekommen. Im vergangenen Sommer hätte sie eine eher unschöne Dating-Erfahrung gehabt. Sie wurde geghostet. Ihr Date hat sich einfach nicht mehr gemeldet und sie ohne Erklärung zurückgelassen. Sehr geil. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Sie wurde vergangenen Sommer geghostet. Ein ganzes Mal auch. Ja gut, aber das ist halt der Mainstream, der feministische Women are always wonderful. Also die klassische Mainstream-Sicht, die sich nicht in Männer hineinversetzen können. Ja, ich wurde nicht einmal letzten Sommer geghostet, sondern im Zuge meiner Entwicklung. Ja, ich war früher nicht gut mit Frauen. Ich habe das überhaupt nicht hinbekommen als ganz junger Typ. Und im Zuge dessen wurde ich, keine Ahnung wie oft, auf jeden Fall vierstellige Körbe bekommen bei der Anquatscherei irgendwann. Und ja, geghostet. Auf jeden Fall dreistellig. Das können sich aber die lieben Frauen logischerweise einfach nicht vorstellen, weil die Realität völlig anders ist. Ja, du kannst dich als Frau nicht in einen Mann hineinversetzen. Ja, du bist ja als Frau ab der Pubertät, ab dem Moment, wo du raffst, okay, du bist eine Frau, lebst du in so einer anderen Welt. Und andersrum klappt das auch nicht so perfekt, dass sich jetzt die Männer unheimlich gut in die Frauen reinversetzen könnten. Klappt auch nicht vernünftig, ist aber wesentlich leichter, weil man ja sieht, wie sich zum Beispiel männliche Hollywood-Stars fühlen. Und wenn du eine attraktive Frau bist, hast du ja gesellschaftlich gesehen, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber das sind zumindest ähnliche Dynamiken. Wenn du einen Raum betrittst als interessanter, attraktiver Hollywood-Star, männlich, hast du eine ähnliche Aura, einen ähnlichen Wert, einen ähnlichen Status, als wenn du halt als die Hübscheste des Dorfes, die Dorfdisco, betrittst. Und wer das aber durchaus ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich die Männerschaft so fühlt, zwar auch nur zum Teil, aber immerhin zu einem Teil, sind Frauen, die jetzt auf der Optik-Skala sehr, 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 sehr weit unten angesiedelt sind. Die sind ähnlich Luft, ähnlich unsichtbar, wie das so für die meisten durchschnittlichen Männer der Fall ist. Was diese Frauen dann aber in der Regel auch nicht kennen, ist diese ständige Ablehnung, denn die meisten Frauen ziehen jetzt nicht durch die Straßen und versuchen Männer aufzureißen, wie wir Männer das machen, um, gerade wenn du unattraktiv, uninteressant bist als Mann, wie du das machen musst, um irgendwie mal an irgendeine Frau zu kommen. Die meisten Frauen, die eben auf dem Optik-Spektrum sehr weit unten angesiedelt sind, die versuchen es gar nicht erst und erliegen dann halt ihrem schwierigen Schicksal. Die Männer versuchen es ja größtenteils noch. Ja, das heißt, sie hier wurde letztes Jahr doch tatsächlich einmal geghostet. Eine absolut traumatische Erfahrung. Mal gucken, wie es weitergeht. Erzählt sie mir. Da habe ich ein Video beim Show gesehen, warum Männer Frauen ghosten. Und da habe ich mich in allen Punkten wiedererkannt und daraufhin habe ich ihn dann in Instagram abonniert und bin ihm gefolgt und so bin ich dann eben auch auf die Akademie gekommen. Christine meint genau dieses Video hier, wo Sean Frauen die Schuld dafür gibt, wenn Männer wortlos den Kontakt zu ihnen abbrechen. Was? Eine Frau soll durch ihre Taten und Gedanken einen Eigenanteil an ihrem eigenen Leben haben? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit, du alter Antisemit. Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Ja, jetzt wollen wir uns die kleine Hitlerei aber mal anhören. Wenn dich ein Mann ghostet, dann musst du akzeptieren, dass du es verkackt hast und andere Männer daten. Am Anfang wäre alles gut gewesen mit ihrem Date. Irgendwann hätte er aber nicht mehr so geschrieben wie vorher. Und dann habe ich halt angefangen, ja, warum schreibst du nicht mehr so, bin halt stressig geworden und dann hat er halt keinen Bock mehr auf mich gehabt. Du bist stressig geworden. Du bist stressig geworden. Also als wenn Frauen nicht stressig werden könnten. Das fand ich den geilsten Satz in dem ganzen Teil hier. Du bist stressig geworden. Und da seht ihr halt wieder, ja, es ist eine Doku von Funk. Da seht ihr den Mainstream und den übertriebenen Feminismus, der mittlerweile Einzug gehalten hat im Mainstream. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich habe nichts gegen sinnvollen Feminismus, aber natürlich habe ich was gegen sinnlosen Feminismus, sonst würde ich ihn ja sinnvollen Feminismus nennen. Aber nicht alles, was aus feministischer Ecke oder Richtung kommt, ist sinnvoll und rational und positiv. Vor allem die dritte Welle des Feminismus, da sind fast nur durchgeknallte Leute am Start. Und ein Element davon ist zum Beispiel, women are always wonderful. Das heißt, egal wie sie sich daneben benehmen, das sind trotzdem irgendwie die Männer schuld. Und Frauen können gar nichts verkehrt machen. Du bist stressig geworden. Wie soll das denn gehen? Steckt ja auch dahinter. Als hätte es das noch nie gegeben. Und jeder weiß das ja. Jede Klientin von mir auch im Forum sagt, auch bei Frauen, die stressig werden. Ja, weil Männer teilen ja auch ihre Chatverläufe und so weiter. Und unsere Frauen, unsere Frauen in Anführungszeichen im Forum, die sagen natürlich auch, ja, Weiber, abschießen, weg damit. Das ist ja eine Katastrophe, was die schreibt. Und sind das jetzt auch toxische alte weiße Männer, obwohl es junge Frauen sind? Oder wie? Das ist doch Quatsch. Ja, natürlich gibt es genau wie bei den Männern Millionen Frauen, die komplett in der Matrix stecken, die komplett von Hollywood erzogen sind. Das ist im Schnitt sogar bei Frauen noch ein bisschen schlimmer, weil halt die Gefühle so entscheidend sind und bla bla bla. Ja, ich habe das gemerkt, da habe ich meine Klientin gerade ganz negativ und böswillig nachgeäfft. Ja, natürlich gibt es auch sauviele stressige Frauen, die da einen Rotz schreiben, wo du, wie gesagt, auf Tinder und wo auch immer die Leute daten, einfach nur sagen musst, ja, weg damit, abschießen. Die Frau trifft dich gar nicht erst. Das wird absolutes Chaos mit dieser Frau geben. Genau wie ich es auch andersrum mache, wie ich den Frauen auch sage, ja, weg mit dem Typen. Das kann nur Chaos geben. Der ist Gehirn gewaschen. Bis hingegen trifft dich gar nicht erst. Es wird absolutes Chaos. So, hier nochmal zum Genießen. Stressig geworden und dann hat er halt keinen Bock mehr auf mich gehabt. Du bist stressig geworden. Also denkst du das selber? Oder hast du das in dem Moment selber gemacht? Denkst du das selber? Das hat dir doch der Teufel geflüstert. Das war doch das Patriarchat, was es dir eingeredet hat. Wie kannst du, du bist doch eine Frau, wie kannst du denn stressig geworden sein? Wie kann das denn sein? Weil anstatt verständnisvoll zu sein und sich einfach zu denken, okay, der hat halt gerade viel zu tun, dann schreibt er halt nicht zehnmal am Tag. Dann dieses typische Verhalten von, warum melde ich dich nicht? Aber eigentlich ist das ja auch dein gutes Recht, einmal nachzufragen, wenn irgendwie nichts kommt. So, hey, warum meldest du dich eigentlich nicht mehr? Aber das ist ja auch deine Zeit, die dann flöten wird. Das ist ja auch deine Zeit. Das ist doch dein gutes Recht, den ganzen Tag zu schreiben. Hey, warum schreibst du mir nicht mehr, wenn der Typ vielleicht einfach in einer Sitzung ist oder sowas? Das ist eine Basis von sinnvoller Veränderungsarbeit und Psychologie generell, dass du halt einen Eigenanteil an deinem Leben logischerweise hast. Wie du denkst, wie du redest, wie du fühlst, wie du dich verhältst, das kreiert zumindest dein Leben. Mit zu einem großen Teil. Und Newsflash, das ist auch bei Frauen so. Du bist stressig geworden. Dann glaubst du das selbst? Oder hat dir das dein Sektenführer nur eingeredet? Zu ihrer Ehrenrettung rechts, also hier von Hawaii Kollektiv, muss man sagen, es gibt wirklich Sekten, wo die Leute so gehirngewaschen werden, dass sie dann keine eigene Meinung mehr haben. Ja, das muss man dazu sagen. Von daher kann ich auch die Frage nicht zu 100 Prozent als feministischer Quatsch einfach nur abtun. Aber nehmen wir mal an, der liebe Sean wäre jetzt nicht zu 100 Prozent der miese, schlimme, gefährliche, gemeingefährliche Sektenführer, sondern halt einfach nur ein mehr oder weniger sinnvoller Datingcoach. Dann ist das halt diese klassische Feministinnen, FeministInnen, Entschuldigung, Kerbe. Du bist stressig geworden, wie soll das denn funktionieren? Und das ist ja nun eine klare Dynamik, die man überall links und rechts sieht, dass Frauen einfach viel zu viel schreiben, ungeduldig sind dann. Hey, wo bist du und bla 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 und warum schreibst du nicht zurück? Ja, das ist ja jetzt keine verrückte Dynamik, sondern das ist gang und gäbe, dass Frauen da einfach mal drei bis sieben Gänge zurückschalten sollten und sich mehr entspannen sollten. Und vielleicht auch nicht immer, das ist er, das ist der Mann fürs Leben. Ja, immer die Beziehungen als große Lebensmission ansehen. Ja, und dann jeden Typ, den sie da gerade so halb auf Tinder kennengelernt haben, ja, immer als den neuen potenziellen Ehemann ihre fünf Kinder sehen, beziehungsweise Vater ihrer fünf Kinder sehen und ihm dann dauernd auf den Sack gehen, sondern eine coole, erfolgreiche Frau, ja, die hat halt nicht dauernd Zeit zum Schreiben. Genau wie ein cooler, erfolgreicher Mann nicht den ganzen Tag Zeit hat, da am Handy rum zu pimmeln und irgendwem zu schreiben, sondern optimalerweise hast du deine Mission, hast deine Hobbys, hast deine Freunde, hast dein Umfeld, hast deinen Job, machst halt dein Ding. Eine Zeit, die dann flöten wird. Das stimmt schon, aber das ist halt auch so ein Aspekt, wo ich auch denke, dass der Short da recht hat, wenn man zum Beispiel mehrere Männer gleichzeitig daten würde, dann ist man entspannter und denkt sich halt dann einfach, naja, wenn er nicht schreibt, treffe ich mich halt mit denen, denen oder denen. Und ja, hat sie, beziehungsweise er dann indirekt nicht ganz unrecht. Ja, wenn du mehrere Eisen im Feuer hast, bist du halt bei den einzelnen Eisen dann entspannter. Ob das nun eine sinnvolle Taktik ist, mehrere Leute gleichzeitig zu daten, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann keiner dem anderen vorschreiben oder abnehmen, die Entscheidung. Was auf jeden Fall der Fall ist, wenn du Optionen hast, bist du natürlich bei den einzelnen Optionen lockerer, ganz klar. Und ob er das so empfiehlt, man soll dann mehrere Männer gleichzeitig daten oder nur mit denen gleichzeitig schreiben, das weiß ich nicht genau, ob das noch kommt. Ich habe das Originalvideo hier, ich habe es schon gesehen, aber nur in Auszügen. Am Anfang wäre sie enttäuscht gewesen von dem Mann, der sie ohne Erklärung sitzen gelassen hätte. Sean habe ihr dann aber die Augen geöffnet. Dann habe ich halt mal so reflektiert, wie ich eben war. Und dann habe ich mich auch noch entschuldigt nachträglich für mein Verhalten. Also das habe ich dann schon gemacht, ja. Moment mal Mädchen, habe ich das jetzt richtig gehört? Du hast dich für dein Verhalten, was ja erstens total okay war zu 100 Prozent, das kann ja gar nicht falsch gewesen sein. Und wenn es falsch gewesen ist, dann war es ja der Mann schuld, der dir das Verhalten, der dich dazu gezwungen hat, der es dir aufoktroyiert hat. Dafür hast du dich dann entschuldigt, obwohl er sich hätte entschuldigen müssen dafür, dass er dich gezwungen hat, sich so zu verhalten. Ja, kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Und ja, ich weiß für die Jammerkommentierer, natürlich gibt es auch absolut psychopathische beziehungsweise soziopathische Männer und Narzissten, die die Frauen so manipulieren, dann, dass die Frau, obwohl sie wirklich nichts falsch gemacht hat, irgendwann denkt, sie hätte alles falsch gemacht und entschuldigt sich dann zu Unrecht dafür. Natürlich gibt es das auch, ja. Den Grund, weshalb sie genau geghostet wurde, wüsste Christine aber immer noch nicht, weil laut Sean Nachfragen nichts bringen würde. Man sollte stattdessen besser andere und vor allem viele Männer parallel kennenlernen, erzählt mir Christine. Ja, diese Nachfragerei, woran hat es gelegen, warum hast du mich geghostet, das führt in den meisten Fällen. Zunächst, meistens kriegst du da keine sinnvolle Antwort. Wenn du als Frau nachfragst, kriegst du vielleicht vom Typ eher noch eine Antwort, mit der du was anfangen kannst, als andersrum. Ja, wenn du die Frauen fragst, hey, woran hat es hingelegen? Ja, in 99 von 100 Fällen kriegst du da keine sinnvolle Antwort. Ich habe das auch schon getestet und hier erzähl doch nochmal ein bisschen Feedback und bla bla bla. Aber entweder wollen die Frauen es nicht erzählen oder ich behaupte, meistens wissen sie auch gar nicht, warum. Irgendwie die Chemie hat nicht gestimmt und so weiter und so fort. Da habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Und auch ich stoße im Programm immer wieder auf diesen Punkt. Wir schauen uns das Programm zusammen an. In den einzelnen Wochen gibt es immer wieder ein Textdokument, dazu meistens mehrere Videos und eine Audiodatei. Mit der Masterclass beginnen wir bei Null. Das bedeutet, wenn du bereits datest und dich mit Männern triffst, musst du damit ab sofort wieder aufhören. Wenn du mit Männern Kontakt hast oder schreibst, brich den Kontakt ab und antworte nicht mehr. Damit sind hier allerdings nicht nur Datingpartner gemeint. Sean möchte auch, dass man mit männlichen besten Freunden den Kontakt abbricht, weil die laut ihm ja sowieso nur Sex wollen und die Freundschaft nur ein Vorwand wäre. Gut, das sehe ich auch zweigeteilt. Das kommt ein bisschen auf die Frau an. Wenn die Frau natürlich sehr attraktiv ist, dann hat er da durchaus recht, dass sie ihren besten Freunde, in Anführungszeichen, sowieso nur Sex wollen bzw. auch Sex wollen und dann ist es keine wirkliche Freundschaft. Denn wenn einer von beiden Knickknack will, das Knickknack gehört in der Regel nicht zu einer Freundschaft dazu. Auch wenn du trotzdem natürlich freundschaftliche Elemente dabei haben kannst mit einer Frau, wo du auch Knickknack haben willst. Aber bei deinen Kumpels willst du ja in der Regel keinen Knickknack und von daher eine reine Freundschaft dürfte keinen Knickknack-Wille beinhalten. Und natürlich ist das eine häufige Dynamik, dass die besten Freunde in Anführungszeichen Knickknack wollen. Und viele Frauen nutzen das ja auch schön schamlos aus, wissen genau, dass die Typen sofort ja sagen würden, wenn die Frauen es anbieten würden und halten sich diese Volltrottel dann auch noch als Orbiter, weil es halt ganz nett ist, so ein bisschen kostenlose männliche Anhimmelung und Anerkennung zu bekommen. Und wenn diese besten Freunde, in Anführungszeichen, wieder offensichtlich darunter leiden, dass sie nur die besten Freunde sind, aber sich einfach nicht anders zu helfen wissen, weil sie halt nicht erfolgreich mit Frauen sind, weil sie nicht cool sind, weil sie nicht begehrt und attraktiv sind und du bleibst dann weiter die beste Freundin und quälst den Mann damit, der nicht besser weiß, was er machen soll, dann sehe ich das als die moralischere Variante an, den als besten Freund sozusagen zu verlassen, abzuschießen, damit er endlich wieder frei ist für eine neue Frau, die ihn dann vielleicht will. Aber ja, natürlich, wenn du da irgendeinen Typ hast, der wirklich nichts von dir will, als Frau und wirklich ein Kumpel ist, ja, warum dann abschießen? Dann ist es ja Quatsch. Ja, das heißt, es kommt darauf an, wer ist er, hat er Optionen oder bist du seine einzige Option und wer ist die Frau, wie interessant, attraktiv und begehrenswert ist diese Frau auch. Zu fordern, den Kontakt zu männlichen besten Freunden abzubrechen, das finde ich krass. Ich habe selbst viele Männerfreundschaften und einen Kontaktabbruch könnte ich nicht übers Herz bringen. Ja, dann ist sie entweder naiv und glaubt einfach nicht, dass viele von den männlichen Freundschaften in Anführungszeichen einfach nur knicknack natürlich wollen oder direkt ja sagen würden, wenn sie es anbieten würde, denn ich finde sie jetzt nicht unattraktiv, ich finde sie durchaus attraktiv. Achso, ist das nicht sehr rassistisch? Antisemit! Und vor allem wirkt sie ja jetzt nicht so ganz unfeministisch und Feministinnen haben ja oft beste Freundschaften mit Männern, die jetzt auch eher dem Feminen nicht ganz abgeneigt sind, um es mal durch die Blume zu sagen, ja, auf Deutsch nicht so männliche Männer, ja, oft Männer, die einfach keine Optionen mit Frauen haben und dann musst du halt der beste Kumpel sein, ja, wie wir es halt früher alle gemacht haben, alle versucht irgendwie, ja, dann wenigstens irgendwie über die Freundschaftsschiene noch ranzukommen und viele gestehen sich es auch nicht ein und merken es auch gar nicht und so weiter und so fort, ja, ihr wisst doch, wie die Männer drauf sind. Oder, falls das ihre Seite hier keine Naivität sein sollte, dann hat sie vielleicht auch entweder wissentlich oder unwissentlich so ein bisschen die weibliche Sadistin an Bord, die irgendwo ganz genau weiß, dass die Männer teilweise zumindest knicknack wollen und doch, macht doch nichts, die halte ich mir jetzt mal schön weiter als Orbiter, weil es tut ja gut, und Women are always wonderful und das will ich auch möglichst rund um die Uhr spüren und wer wäre da besser geeignet als so die männlichen Beta-Männer, die die Freundschaft mit mir eingehen, obwohl sie eigentlich knicknack wollen. Und wie gesagt, nichts dagegen, wenn das absolut authentische Freundschaften sind. Ja, der Typ will nichts von ihr, sie will nichts von dem Typen, habe ich da überhaupt kein Problem mit dafür. Ja, falls das so sein sollte, habe ich nichts gesagt. Diese Fälle meine ich dann logischerweise nicht, sondern ich meine die Fälle, in denen der Mann offensichtlich Bock auf Knicknack hat. Aber natürlich werden nicht 100% ihrer männlichen Freunde wirkliche Freunde sein. Aber bei denen, die wirkliche Freunde sind, nee. Bloß nicht abschießen, es soll ja, die Freundschaft soll ja weiter bestehen. Ja, so 50-50, da muss man wie immer wieder differenzierter sehen. Christine auch nicht, deshalb hat sie es nicht gemacht. Die Teilnehmerinnen sollen sich vor allem antrainieren, möglichst viele Männer kennenzulernen und damit massig Optionen gleichzeitig zu haben. In den meisten Wochen bekommen die Teilnehmerinnen Aufgaben von Sean, zum Beispiel diese hier. Ich glaube, man soll mit denen schreiben und sobald sie dann ein Date mit ihr wollen, soll man sie ghosten. Aber das ist ja eigentlich genau das, was du gerade am Anfang erzählt hast, was du so schlimm fandest, oder? Ja, aber man aktiviert die ja dann wieder. Also man soll so viele Männer wie möglich parallel daten. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt schreiben? Das wird hier nicht klar gesagt. Parallel schreiben, ist ja nichts dabei. Jetzt 1000 Männer parallel daten. Klar, kannst du auch in der Kennenlernphase ein paar Typen parallel daten. Natürlich, kommst du jetzt auch nicht viel in die Hölle. Aber musst du jetzt den ganzen Tag da jeden Typen daten und mit 100 Männern dann schreiben? Ich weiß es nicht. Ja, und dann die Ghosterei. Ist ja manipulativ, bin ich jetzt kein Fan von. Weiß ich aber seine Begründung auch nicht. Vielleicht hätte er, wenn er sich hier äußern dürfte, eine plausible Begründung dafür. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Außer, dass du halt so ein bisschen in die Machtposition kommst. Ja, die Typen denken jetzt, jetzt, jetzt habe ich endlich das Date und dann ghostet sie. Ach, scheiße, dann muss sie wertvoll sein, weil willst du gelten, macht ich selten, sie macht sich rar, scheiße, jetzt verliere ich diese Frau. Dann kommst du so ein bisschen in die Machtposition mit als Frau. Vielleicht ist das der manipulative Trick dahinter, der angestrebt wird. Bin ich kein großer Fan von, logischerweise. Und wie sie dann sagt, ja, man aktiviert die aber wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das ihr Wortlaut ist oder ob das von ihm kam. Kommt man sich als Mann so ein bisschen wie an der Fleischtheke vor, als wenn man da so ein Stück Fleisch wäre, was da liegen würde. Ja, gibt aber auch schlimm aus. Ich glaube, es geht einfach nur darum, erst mal Männer zu sammeln, die man wirklich attraktiv findet und die dann erst mal nicht zu treffen. Aber ist das denn für dich, weil das war ja eigentlich so, also genau das war ja die Situation, weshalb du das Programm angefangen hast, weil dich das ja so gestört hat, dass du geghostet wurdest. Und jetzt sollst du es halt selber machen. Ja, aber das war ja, keine Ahnung, man kennt die Männer ja dann noch nicht. Man schreibt ja erst mal nur mit denen. Ja, fand ich eine berechtigte Frage von ihr. Ja, wieso denn ghosten? Das fandst du doch bei dem Typ, scheiße, jetzt sollst du selbst ghosten. Hat sie aber auch recht, weil sie sagt, okay, das ist ja bisher nur auf der Hin- und Herschreibe-Ebene. Das ist ja was anderes als bei dem Typ, den sie, wusste ich jetzt nicht, aber den sie anscheinend vorher kennengelernt hat. Und dann hat er sie geghostet. Das ist ja nochmal ein anderes Level als nur beim Hin- und Herschreiben. Trotzdem bin ich logischerweise wieder kein Fan von dieser ewigen Hin- und Herschreiberei und dann noch Ghosterei. Ja, was soll der ganze für Fans? Schreibt euch doch einfach, ja, ist ja okay, dann schreibt halt mit 50 Typen. Dann suchst du die 10 Besten daraus und triffst sie dann aber keinen Ghosten und nix, sondern sei einfach eine normale, coole Frau. Mach keinen Stress, mach keinen Terror, mach keinen Drama. Wodurch kommt das? Ja, durch Persönlichkeitsentwicklung. Fühl dich gut genug. Sei dir bewusst, dass du ein wertvoller Mensch, eine wertvolle Frau bist. Mach optisch das Beste aus dir. Ach du Scheiße, der Frau ist der alte weiße Sexist. Kommen wir gleich auch noch zu dem Thema. Was das für eine Hitlerei ist, zu sagen, dass Frauen am besten optisch das Beste aus sich machen. Ja, absolut. Ab in die Hölle mit ihm. Und dann triffst du dich halt einfach mit ein paar von denen und schnappst dir, wenn es geht, den Besten, wenn er Bock auf dich hat. Ja, macht halt nicht so ein Heckmeck. Darum generell, Coaching für attraktive Frauen ist ja schon so ein bisschen scammy, muss man sagen. Denn attraktive Frauen, ja gut, musst du einfach nur drei Minuten auf Tinder gehen. Dann hast du halt zehn Dates am Start und dann suchst dir halt davon den Besten aus. Und wenn du dich noch vernünftig verhältst und keine schreckliche Frau bist und auch noch passabel aussiehst, dann hast du halt einen davon an der Backe. Ja, von daher, ja, Coaching für attraktive Frauen. Da geht es halt bei attraktiven Frauen, da geht es mehr ums Innenleben. Ja, da geht es weniger um Dating, Coaching und wie kriege ich den richtigen Typ. Da geht es halt mehr ums Innenleben, dass das auf der Kette ist und vor allem durch dich selbst, auch aus dir selbst heraus auf die Kette gebracht wird und nicht durch die ganze externe Anerkennung und Bestätigung, die du seit Kindheitstagen bzw. seit Pubertätstagen, seit du eben eine attraktive Frau bist, bekommst. Aber, ja, attraktive Frauen, auch wenn sie noch so viele Optionen haben, geraten ja trotzdem öfter mal an Arschlöcher und richtige Arschgeigen. Von daher, ja, muss es nicht unbedingt scammy sein. Ja, er hat ja auch geschrieben, Partnerwahl plus Persönlichkeitsentwicklung für attraktive Frauen, ja, das ist schon ein Element. Ja, da könnten Frauen durchaus Hilfe gebrauchen, ja, auch attraktive Frauen bei der Partnerwahl, dass sie nicht immer da hängen müssen und sagen, immer geratet ich an den falschen Typen, es gibt doch keine vernünftigen Männer mehr und Persönlichkeitsentwicklung ist auch sinnvoll. Von daher könnte man auch genauso argumentieren, nee, wieso, ist doch durchaus Bedarf, ist doch kein Scam. Ja, es gibt Frauen, die brauchen genau bei dem Thema Hilfe auch attraktive Frauen. Auf dem Balkon zeigt sie mir, wie das Männersammeln laut Programm geht. Eine Methode, die in der elften Woche der sogenannten Masterclass vorgestellt wird, ist, Dating-Apps nach genauem Plan zu nutzen. Hierbei würde es auch darum gehen, besonders viele Männer zu matchen. Ja, weil er halt sagt, Frauen sind zu wählerisch. Ach krass, okay. Das merke ich aber bei mir schon auch. Was sagt man zu dem? Äh, mitmehr jetzt einfach mal. Also eigentlich ist dann die Aufgabe, wegzutrainieren, wählerisch zu sein? Ja. Ja, das passt natürlich mal wieder überhaupt nicht ins Women-Are-Always-Wonderful-Narrativ. Was? Aber als Frau, du bist doch automatisch eine 10 oder vielleicht an einem schlechten Tag mal eine 9. Aber entweder bist du eine 9 oder eine 10, völlig egal, wie schrecklich du aussiehst und wie schrecklich du dich verhältst. Und you go, girl, du hast doch wohl immer den besten Typen verdient. Ja, woandersherum natürlich komplett ausgerastet wird, wenn sich ein Typ, der scheiße aussieht und nicht erfolgreich ist, ja, wenn der sich dann einbildet, Models bekommen zu müssen. Da wird zu Recht auch drauf rumgehackt und sich drüber lustig gemacht oder teilweise zu Recht zumindest in Ansätzen. Wenn das aber Frauen machen, dann heißt es von feministischer Seite aus natürlich you go, girl. Weil women are always wonderful. Ja, und sowas wie, ja, ist vielleicht nicht so interessant als Frau. Selbstbewusstsein ist nicht so auf der Kette, die Optik auch nicht so. Deshalb musst du natürlich ein paar Abstriche machen. Du kannst nicht Moneypenny sein und dann James Bond erwarten, sondern musst vielleicht auch, wenn du James Bond haben willst, eher ein Bond-Girl sein und das aufs Parkett bringen, was ein Bond-Girl mitbringen würde. Ja, völlig antisemitisches Konzept natürlich. Natürlich, ich weiß, dass Frauen auch vielleicht nur Menschen sind und attraktiver und unattraktiver oder interessanter und uninteressanter sein können. Aber das gibt es auch überraschenderweise bei Frauen. Konnte ich ja nichts wissen. Und unter anderem aufgrund dieses Women are always wonderful-Narrativs in der Gesellschaft wird es ja für Männer und auch für die Frauen immer schwieriger, ja, weil die Verhältnisse völlig verschoben sind. Ja, heutzutage die Frauen auf Tinder, ja, selbst die unattraktiven Frauen auf Tinder, die swipen nur das attraktivste 20% der Männer. Nach rechts oder links, also matchen nur das oder liken nur das attraktivste 20% oder die attraktivsten 20% der Männer. Das heißt, durch den ganzen Schwachsinn, den ganzen Online-Dating-Kram, wo ich überhaupt kein Fan von bin, werden die Frauen immer bekloppter, haben immer mehr den Eindruck, ja, Moment, ich bin eigentlich eine 4, 5 so von der Optik und vom sexuellen Marktwert her, wenn wir es mal so nennen wollen. Aber durch den ganzen Feminismusquatsch der letzten Jahrzehnte gibt es überhaupt keine Frauen mehr, die 4er und 5er sind, sondern das sind jetzt alles Goldstücke, das sind jetzt alles 7er, 8er, 9er und 10er und wollen natürlich nach oben daten und haben deshalb auch mindestens das beste 20% der Männer verdient. Und das ist ja schön und gut, man könnte ja theoretisch sagen, ja, wie Frauen arbeiten da an ihrem Innenleben, aber es ist halt auch teilweise einfach eine völlig verschobene Realität. Und dann wundern sie sich halt, warum die Top 20% der Männer die Frauen dann ghosten, weil die Männer sagen, nee, ich will attraktivere, interessantere Frauen, dann ghoste ich die eine jetzt. Und warum die Frauen in die Röhre gucken, genau deshalb, und warum auch die meisten nicht so attraktiven Männer in die Röhre gucken, ja, weil sie überhaupt kein Match zustande bekommen. Ja, mit Frauen, mit denen sie früher locker verheiratet gewesen wären, vor 50 Jahren, wo das ganz gut zusammengepasst hätte. Ja, da wirst du heutzutage als Mann tendenziell, außer du bist sehr cool, mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Wo du dir sagst, was ist denn hier zum Teufel los, das ist doch genauso eine Durchschnittsfrau, wie ich ein Durchschnittstyp bin und die guckt mich mit dem Arsch nicht mehr an. Und natürlich sind da auch die Zahlen völlig klar, wenn du dir anguckst, wer da bei Tinder wohin swiped, aber wenn du sowas hier im Mainstream, wenn du das ihr erzählen würdest, dann wäre das wahrscheinlich Toxic Masculinity. Ja, die offensichtlich auch offiziell reporteten Zahlen, die sind dann jetzt auf einmal, die wären dann wahrscheinlich Toxic Masculinity und das ist auch so politisch inkorrekt und ein schräges Weltbild und blablabla, dabei sind es halt einfach nur die Zahlen, was los ist, einfach die Realität. Und sag ich jetzt den Frauen, die sollen ihre Ansprüche runterschrauben, ja das kommt wieder ganz auf die Frau an, wenn die Frau einfach nur der Oberkracher ist und jeden Mann haben könnte, ja dann sag ich ja warum, warum die Ansprüche runterschrauben, ja du bist der Knaller, also such dir auch einen Knaller, der dazu passt. Wenn ich aber sage, hm, die Frau hat ein Riesenloch im Selbstbewusstsein und sieht jetzt auch nicht brillant aus, ja, da kannst du halt nicht James Bond erwarten, das funktioniert einfach nicht, das wird dann schwierig, da wirst du ganz schön in die Röhre gucken und sehr wahrscheinlich auch einen Typen verpassen oder mehrere Typen verpassen, die durchaus gut passen würden, die durchaus gut dazu passen würden, wenn sie denn erkannt werden würden. Ja, genauso wie ich jetzt auch einem Klienten, männlich, 25 Jahre alt, noch Jungfrau, null Selbstbewusstsein, null Erfolg, null Ausstrahlung, dann am besten noch scheiße angezogen und macht optisch überhaupt nichts aus sich, wiegt, hat tierisch Übergewicht und so weiter, macht sich die Haare nicht, hat überhaupt keine Ahnung von Styling, kann nicht quatschen, so das volle Programm, dem würde ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ja also bei dir soll es schon die junge Cindy Crawford sein oder Monika Bellucci, also drunter würde ich gar nicht erst anfangen. Nee, der muss halt erstmal lernen zu quatschen mit alten Omas auf der Straße und so weiter und so fort und sich dann langsam steigern. Und was dann an Frau am Ende bei rumspringt, das zeigt dann halt die Zeit und seine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das hast du ja auch zurecht, Junge, bleib doch erstmal auf dem Teppich, fang doch erstmal an, geh doch erstmal die ersten Schritte. Aber wenn du das einer Frau sagst, dann bist du auf einmal, Hitler ist so unterm Sofa, obwohl es ja durchaus realistisch ist, zu sagen, ja, je nachdem, wer du bist, musst du halt auch mal drüber nachdenken, deine Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben. Bei den Matches, die entstehen, solle man dann genau nach Plan vorgehen. Die Männer bekommen den sogenannten Königinnentext. Eine Vorlage, die in Woche 11 des Programms zu finden ist und sich so anhört. Ich bin sehr empathisch, was aber nicht bedeutet, dass ich mir alles gefallen lasse. Mir wird nachgesagt, dass man sich in meiner Gegenwart wohlfühlen und sich fallen lassen kann. Ich bin eine selbstbewusste Frau, die sich aber auch in den Armen eines Mannes fallen lassen kann, ohne direkt an Hochzeit und Familienplanung zu denken. Was nicht bedeutet, dass ich es akzeptiere, für einen Mann nur eine von vielen zu sein. Das habe ich nicht nötig. Drama schließe ich komplett aus meinem Leben aus. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Das ist aber ein ganz schön langer Text. Ja, der ist echt lang. Ja, die Königinnen-Nachricht. Ziemliche Horror-Nachricht, wenn ihr mich fragt. Ein, zwei Sachen fand ich ganz gut. Zum Beispiel das mit dem hier. Ich habe keinen Bock für Drama. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Aber den Rest fand ich ziemlich anstrengend. Ich bin eine selbstbewusste Frau und dies und das lasse ich mir nicht bieten. Und attraktiv und selbstbewusst und selbstständig bin ich und strong und independent. So in die Richtung ging das ja schon fast. Der Königinnen-Text. Wenn der bei uns im Forum gepostet würde, würden auch die Frauen, die fit in dem Thema sind, sagen, er würde den Typen raten, lauf. Lauf so schnell wie es geht. Das klingt ja schon nach Stress und Anstrengung. Generell dieses ständige Online-Dating. Wie ihr wisst, ich bin da überhaupt kein Fan von. Und ja, als Frau, wenn ihr es nicht sein lassen könnt, dann matcht halt irgendwelche Typen auf Tinder, die euch grundsätzlich gefallen. Schreibt ein bisschen hin und her. Fünf, sechs Nachrichten. Trefft euch dann mit den Typen und fertig. Und guckt dann halt, wer gefällt euch davon. Und falls sie dann auch Interesse haben, dann könnt ihr ja gegebenenfalls was anfangen. Und wenn er sich nach einem halben Jahr dann als Psycho entpuppt, dann ist es halt so. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber das ist ein ganz überflüssige Geschreibe- und Datingkram. Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Christine ist happy mit dem Programm. Sie sagt, sie könne auch viel über sich selbst durchschauen lernen. In den ersten Wochen solle es nämlich gar nicht unbedingt um Dating, sondern eher darum gehen, wie man mit sich selbst glücklich werden könne. Ich frage Christine, was denn der ausschlaggebende Punkt für sie war, die Akademie abzuschließen. Ab und zu tut er so von Frauen Bilder hochladen, die ihm halt danken, praktisch Privatnachricht. Und da hat damals eine geschrieben, dass sie ihm halt sehr dankbar ist, weil sie, keine Ahnung, ich glaube schon drei Therapien hinter sich hat. Und seitdem sie eben die Akademie gemacht hat, ist er halt wirklich im Reinen mit sich selber. Auch mir fallen die vielen positiven Bewertungen auf, von denen Christine erzählt. So wie hier auf seinem Instagram-Account. Du bist der Beste der Welt. Oder hier unter seinen YouTube-Videos. Du bist mega. Hi Sean, ich liebe deine Videos. Auch auf seiner Website zeigt er über 20 Kommentare von Teilnehmerinnen, die scheinbar sehr zufrieden mit seinem Programm sind. Gut, diese Dinger, das kann echt sein, das kann gefakt sein. Du kannst hier heutzutage alles kaufen. Du kannst hier Likes kaufen, du kannst hier Follower kaufen, du kannst hier Kommentare kaufen. Also das ist schwer zu beurteilen. Stimmt es jetzt? Stimmt es nicht? Schwer zu sagen. Finde seine Angst oder Unzufriedenheit heraus. Zettel absichtlich einen kleinen Streit an, auf den ein kurzer Kontaktabbruch folgt. Nur, um euch einige Tage später wieder zu versöhnen. Ja, das ist absoluter Käse. Absolut manipulativer Drama-Moonpitz. Mit sowas, wenn du solche Drama-Aktionen an den Tag legst als Frau, ziehst du dir Waschlappen zurecht. Du ziehst dir Drama-Queens in männlicher Form an. Von sowas halte ich absolut überhaupt nichts. Und da gebe ich ihr absolut recht, dass das eine shady Taktik, eine mega fragwürdige Coaching-Anleitung ist. Gerade wenn er glaubt, dass alles gut läuft, musst du mit einer solchen Aktion zuschlagen. Also für mein Empfinden wird mir in dem Video jetzt hier gerade einfach nur beigebracht, wie ich ein toxisches Verhalten lernen kann und wie ich vor allem halt Männer manipulieren kann und an mich binde durch irgendwelche Spielchen. Ja, stimme ich in diesem Fall zu 100 Prozent zu. Weglassen diesen Quatsch. Die Aufgaben sollen aber genau so befolgt werden, wie er es sagt. Je mehr Wochen im Programm vergehen, desto stärker kommt es mir so vor, als würde es hier eher um Gehorsam als um Weiterentwicklung gehen. Es scheint so, als würde er damit versuchen, die Teilnehmerin noch stärker an sich zu binden. Du siehst meine Kurse. Du hast die Akademie gebucht. Du bist Mitglied bei mir. Warum machst du nicht, was ich dir sage? Und das sehe ich auch wieder so 50-50. Hier wieder die shady Art, die unmögliche, unseriöse Art. Und dann hier der shady Erfolgshintergrund in Lebemann und bla bla bla. Der ganze Marketing-Schwachsinn natürlich, wie immer. Dann vom Inhalt her auch wieder 50-50. Wenn die Inhalte jetzt saugut sind und einfach nur funktionieren und die, die es machen, haben Erfolg, dann hat er recht. Hast du den Kram hier bei mir gebucht? Mach es doch einfach. Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Ja, aber wenn es natürlich einfach nur eine Sekte wäre und er einen Sockenschuss hat und lauter toxischen Scheiß rät, dann ist es natürlich einfach mega shady und die lockige Reporterin hat recht. So, dann machen wir an der Stelle mal einen Cut für Teil 1. Für heute war es lange genug. Und sehen uns in Teil 2 wieder mit noch einer Menge wilden Dingern. Und kommentiert gerne schon mal rein, wie ihr das Ganze seht. Ist er jetzt shady oder nicht? Wie ist die Doku? Ist die Doku shady oder übertrieben feministisch oder realistisch? Und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.